So hallo liebe SVN-Säher, heute bin ich also mal in Goxheim und zwar bin ich bei einer Tankfest in Goxheim. Es ist unheimlich windig heute und lassen wir uns überraschen was Goxheim heute zu bieten hat. Heute ist ja ein Jubiläums an der Tankfest, ich glaube 60 Jahre und das Motto ist 60 Jahre an der Tank in Goxheim. Also schauen wir was Goxheim heute zu bieten hat. Viel Vergnügen! Applaus 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 Musik 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 Eine Aufmerksamkeit, eine Aufmerksamkeit. 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 Eine Aufmerksamkeit.